Das Opfer unterteilt sich in drei Kategorien. Erste Kategorie ist ein Schlachtopfer für Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel das Schlachten am Opferfest oder um das Fleisch zu spenden. Erste Kategorie ist ein Schlachtopfer für jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala aus Liebe und Ehrfurcht, wie zum Beispiel das Schlachten für die Djinn oder für die Toten und diese Art ist der große Schirk-Politheismus. Und die dritte Kategorie ist eine erlaubte Art zu schlachten, um das Fleisch zu essen oder großzügig zu den Gästen zu sein, sowie auch zum Handeln. Und zu dem Thema der Opferung gibt es noch mehr Einzelheiten, die in dem Buch Kitab al-Tawheed behandelt werden. Die Definition des Gelöbnisses Sprachlich ist es, sich etwas aufzuerlegen, und islamisch ist es, sich etwas aufzuerlegen, was die Religion nicht zur Pflicht gemacht hat. Und das Gelöbnis hat bestimmte Regeln und Voraussetzungen, die in dem Buch Kitab al-Tawheed auch behandelt werden. Die Arten des Gelöbnisses sind zwei. Ein Gelöbnis für Allah subhanahu wa ta'ala und ein Gelöbnis für jemanden anderen außer Allah. Und der Verfasser hat hier nicht versucht, alle vorhandenen Gottesdienste aufzuzählen, sondern nur einige Beispiele für diese gegeben, um darauf aufmerksam zu machen, dass derjenige, der einen dieser Gottesdienste an jemand anderen richtet außer Allah, ein Muschrik, ein Politheist ist. Und das ist uns. Und das ist uns. Vielen Dank.